...teilt der Verkehrsservice, Vorsicht bitte auf der A73 Nürnberg, Achtung vorheiz, zwischen Nürnberg, Zollnhaus und Kreuz, Nürnberg, Süd, da liegt ein Rundstück auf der V-Bahn. Vorsicht auf der B2 Nürnberg, Achtung vorheiz, zwischen Nürnberg, Nürnberg, Nürnberg. Von Nürnberg strachs aus, zwischen Seligstadt und Seligstadt und Helik, Stockener Verkehr durch einen kürzenden Fahrzeug, weiter bis Stokstadt Stau, und zwischen Nürnberg-Werringer, Nürnberg-Mübeln aus Nürnbergstadt. A6 Halberne, Richtung Nürnberg, zwischen Sparbach, Süd und Zoll und Stau. A8 Stuttgart, Richtung München, zwischen Solzebus und Dach, Füßdürbock, das die rechte Spur an einer Wärmstelle parkiert, zwischen Großmöchigen und Rheinland, 4 km Stau, wegen Mäharbeiten am Mittelsstraßen. A8 Mönch, Richtung Stuttgart, zwischen Mäcklingen und Polenhausen, 4 km Stau. Vorsicht auf der B469, Mainhausen, Richtung Ahralbach, zwischen Stoffstadt und Großostrand, da liegt ein Dachgebirgträger auf der Fahrbahn. A8 Stuttgart, Richtung München, zwischen Mäcklingen und Dach, Steinsichtshof, offener Verkehr, Anordnung an der Gälderhöfen, zwischen Mädenburg und Dalkohle, auch 3 km Stau, an einer Baustelle, zwischen Krozenhofer und Eching, ist die linke Spur an einem Unfall blockiert, 8 km rückwärts.